Hallo, ich bin die Christina aus der Schweiz. Bei mir hat es etwas gedauert, bis Instant Change gewirkt hat. Aber es hat gewirkt. Ich fühle mich viel besser. Ich habe mehr Lebensenergie, bin zuversichtlicher, was die Zukunft betrifft. Ich habe einfach so ein positives, solides Grundgefühl in mir, dass alles gut ist, so wie es ist. Und ich treffe auch immer mehr nette Menschen, Menschen mit der gleichen Einstellung wie ich. Ja, es ist wirklich spannend, was passiert. Ich habe auch eine Atemmeditation entdeckt, die ich nun täglich praktiziere und die tut mir sehr gut. Ich spüre sehr viel Energie und Leichtigkeit. Und ich bin überrascht, wie es mir leicht fällt, die wirklich regelmäßig zu praktizieren und dass es sich nicht wieder so verläuft, sondern dass ich wirklich da dranbleiben kann mit Freude.